Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, wir sind nicht im Stall. Wir sind nämlich gerade auf Lehrgang in Welsau, wieder mit dem Alexander Axe, bei dem sind wir Anfang des Jahres schon mal in den Lehrgang geritten. Und, hallo Mieti Katja, guckt mal da, Mieti Katja. Ja, bei dem sind wir Anfang des Jahres schon mal in den Lehrgang geritten, bei uns zu Hause. Und jetzt wurden wir halt eingeladen, dass wir hier nach Welsau kommen können und reiten jetzt hier mal in den Lehrgang mit. Ich werde euch aber nur die zwei Tage zeigen, Samstag und Sonntag. Hallo Mieti. Denn am Freitag sind wir schon in Taura gewesen. Dort wird dieses Jahr unser erstes Turnier stattfinden. Und auch am Freitag war Alexander schon in Taura. Und hat dort Training mit den Turnierhinteressen gemacht. Und das haben wir natürlich sehr gerne genutzt. Einfach das Blumen schon mal in die neue Halle sehe ich überhaupt. Ja und deswegen schneide ich euch das Training von Taura dann einfach in die Taura-Abprüfung rein. Beziehungsweise in das Follow-me-around von Taura. Und ihr bekommt jetzt die zwei Tage Welsau zu sehen. Also habt viel Spaß. Ja. Ja, ich möchte mal wieder. Ja. 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 Ey. Ja. 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 Wenn du Puh, Und direkt hoch. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Oh Mensch, sehr gut. Gehen weg. Ja, gut, das geht. Wenn du das am linken Tüge hättest, dann kriegst du dir. Häusern die Tüge gerade. Weiter, komm, komm. Am linken Tüge. Am linken Tüge. Gut, gut. Achso, bleib. Achso, bleib. Achso, bleib. Anders. Sehr gut. Linken Tüge wieder. Rechner Tüge. Achso, bleib. Achso, bleib. Das ist ja. Das ist ja. Rechner Tüge. Linker Tüge. Oh, ja, gut. Und wir weiter. Rechner Tüge. Rechner Tüge. Rechner Tüge. Oh, wunderbar hier. Ja, das ist ja nicht Tüge. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Rechner Tüge. Rechner Tüge. Rechner Tüge. Rechner Tüge. Au. Vöre. Niein Bet sort, da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.